Trauer und Verlust breiteten sich unter den Künstlern aus, als der berühmte deutsche Schauspieler Igor Jevtitsch aufgrund eines herzzerreißenden Autounfalls diese Welt verließ. Igor Jevtitsch, der am 20. November 1971 in Belgrad geboren wurde, hinterließ mit seinem plötzlichen Tod einen herzzerreißenden Moment in der Kunstgeschichte. Gestern Abend, als er nach der Pressekonferenz zur Vorstellung seines neuen Films auf dem Weg zurück nach Hause war. Die Pressekonferenz fand an einem luxuriösen Ort in der Stadt statt und erregte die Aufmerksamkeit der Medien und Fans. Igor Jevtitsch tat sein Bestes, um in seiner Rolle kreativ zu sein, und seine herausragenden Leistungen wurden weithin geschätzt. Nach der Pressekonferenz machte er sich in seinem Privatwagen auf den Weg, ohne zu erwarten, dass es seine letzte Reise sein würde. Auf dem Heimweg ereignete sich ein schwerer Unfall, der Fans und die gesamte Filmbranche traurig machte. Igor Jevtitsch ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch eine äußerst einflussreiche Person. Er wurde in Belgrad geboren und wuchs dort auf. Er hat eine beeindruckende Karriere in der deutschen Unterhaltungsbranche hinter sich. Mit seinem attraktiven Aussehen und seinem einzigartigen schauspielerischen Talent hat Igor die Herzen von Publikum und Kollegen erobert. Der neue Film, den er gerade auf der Pressekonferenz vorgestellt hat, ist Igor Jevtitsch letzter Meilenstein in seiner Karriere. Seine Emotionen, sein Drama und sein künstlerischer Geist kommen in jeder Szene deutlich zum Ausdruck. Dies macht es sowohl für das Publikum als auch für die Kollegen besonders schwer, seinen Verlust zu akzeptieren. Die Fans schienen in einem Schockzustand zu sein, als sie die Nachricht vom plötzlichen Tod ihres geliebten Stars erhielten. Foren und soziale Netzwerke posteten gleichzeitig Beileidsbekundungen und schöne Erinnerungen an Igor Jevtitsch. Kollegen aus der Filmbranche können ihre Trauer und Nostalgie nicht verbergen, wenn sie seinen Namen erwähnen. Mit dem Verlust von Igor Jevtitsch verlor die Unterhaltungsindustrie nicht nur einen talentierten Schauspieler, sondern auch einen freundlichen und engagierten Menschen. Er hat tiefe Spuren in den Herzen des Publikums hinterlassen und sein Name wird in der Kinogeschichte für immer in Erinnerung bleiben. Die Künstlergemeinschaft und das Publikum sind heute im Schmerz des Verlustes versunken. Und die Erinnerung an Igor Jevtitsch zu bewahren ist ihre Art, die Gefühle und Erinnerungen eines herausragenden Künstlers zu bewahren. Die Gemälde seines Lebens und seiner Karriere werden auch künftige Generationen inspirieren und der Name Igor Jevtitsch wird für immer in den Herzen der Kunstliebhaber weiterleben. Igor Jevtitsch Karriere begann mit Rollen in Fernsehserien wie Powder Park, Balco, Tutu Fall in Love with, Double Deployment, With All Love, In All Friendship und zwei Episoden von Tatort. Sein Auftritt in der Hauptrolle des Fibbes in der ARD-Serie, plötzlich erwachsen, verhalf ihm zur Aufmerksamkeit und markierte einen Wendepunkt in seiner Karriere. Im Jahr 2006 übernahm Igor Jevtitsch die Rolle des Robert Steinbrenner in der ARD-Serie, Das Geheimnis meines Vaters, wo er sein vielseitiges schauspielerisches Können unter Beweis stellte und sein Talent in der komplexen Rolle unter Beweis stellte. Die Vielfalt seiner Rollen setzte sich 2007 mit der Rolle des Jan Rothenburg in der Telenovela, Verliebter Samstag in Berlin, fort. Der größte Durchbruch in Igor Jevtitsch Karriere gelang jedoch 2009, als er die Hauptrolle des Kommissars Sven Hansen in der ZDF-Serie, The Rosenheim Cops, bekam. Mit dieser Rolle wurde er zu einer Ikone im deutschen Fernsehen, die vom Publikum wegen seiner natürlichen schauspielerischen Fähigkeiten und seiner Aufrichtigkeit geliebt und geschätzt wurde. In der glitzernden Welt Hollywoods mag es für viele wie ein Traum erscheinen, ein Leben als erfolgreicher Schauspieler zu führen. Doch hinter den strahlenden Kulissen gibt es oft eine dunklere Seite. Ein solches tragisches Leben hat die Schauspielerin Shannon Doherty geführt, deren Karriere von Höhen und Tiefen, Ruhm und Schmerz gezeichnet war. Shannon Doherty wurde am 12. April 1971 in Memphis in Tennessee geboren. Ihre Kindheit war von finanziellen Schwierigkeiten und familiären Herausforderungen geprägt. Trotz dieser Umstände entwickelte sie früh eine Leidenschaft für die Schauspielerei und setzte alles daran, ihre Träume zu verwirklichen. Schon in jungen Jahren zeigte Shannon ihr Talent, als sie erste Rollen in Werbespots und Fernsehshows ergattete. Diese frühen Erfahrungen ebneten den Weg für ihre späte Karriere im Rampenlicht. Ihr großer Durchbruch kam jedoch erst, als sie die Rolle der Brenda Walsh in der Erfolgsserie Beverly Hills 90210 erhielt. Diese Teenager-Drama-Serie wurde in den 90er Jahren zu einem regelrechten Phänomen und machte Shannon Doherty zu einem internationalen Star. Ihre Darstellung der Brenda Walsh war ein großer Erfolg und die Show wurde schnell zu einem Kultklassiker. Shannon erlangte nicht nur Anerkennung für ihr schauspielerisches Talent, sondern wurde auch von jungen Fans auf der ganzen Welt bewundert. Nach ihrem Durchbruch mit Beverly Hills 90210 erlebte Shannon Doherty einen regelrechten Höhenflug in ihrer Karriere. Die Serie wurde zu einem Kastenschlager und brachte ihr nicht nur Ruhm, sondern auch eine riesige Fangemeinde ein. Shannon wurde schnell zu einem gefeierten Teenager-Idol und einem bekannten Gesicht in der Unterhaltungsbranche. Ihre schauspielerische Begabung und ihre Fähigkeit, sich in die Charaktere einzufüllen, machten sie zu einer gefragten Darstellerin. Shannon erntete Lob für ihre authentischen Auftritte und ihre Fähigkeit, die Emotionen ihrer Charaktere auf eine Weise auszudrücken, die das Publikum berührte. Jedoch war Shannons Aufstieg zum Ruhm nicht ohne Kontroversen. Sie war bekannt für ihr temperamentvolles Verhalten und ihre offene Art, ihre Meinung zu äußern. Dies führte zu Spannungen im Set von Beverly Hills 90210 und zu Auseinandersetzungen mit Kollegen. Berichte über Konflikte und Unstimmigkeiten während der Dreharbeiten begannen die Schlagzeilen zu dominieren. Die Medien richteten ihre Aufmerksamkeit auf Shannons Persönlichkeit und ihr Verhalten, was zu einer ambivalenten Wahrnehmung ihrer Person führte. Während einige sie als talentierte Schauspielerin bewunderten, sahen andere sie als kontroverse Figur in der Unterhaltungsindustrie. Trotz der Kontroversen konnte Shannon Doherty den Ruhm und die Beliebtheit, die sie durch Beverly Hills 90210 erlangte, nicht leugnen. Ihre Darstellung der Brenda Walsh hatte einen dauerhaften Einfluss auf die Popkultur und machte sie zu einem der bekanntesten Gesichter der 90er Jahre. Der Höhenflug ihrer Karriere und die Kontroversen, die damit einhergingen, waren Teil einer komplexen Reise, die Shannon Doherty zu einer der faszinierendsten und umstrittensten Persönlichkeiten in der Welt des Showbusiness machte. Trotz ihres Erfolgs und Ruhms führte Shannon Doherty ein Leben, das von persönlichen Herausforderungen und gesundheitlichen Schwierigkeiten geprägt war. Im Jahr 2015 öffnete sie sich der Welt und enthüllte ihre Brustkrebsdiagnose. Diese schockierende Nachricht traf nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Kollegen in der Unterhaltungsbranche. Shannon entschied sich jedoch dafür, die Krankheit nicht privat zu durchleben. Stattdessen nutzte sie ihre Plattform, um ihre Erfahrungen offen zu teilen. Sie dokumentierte ihre Behandlung und ihren Weg zur Genesung auf Social Media Plattformen und nutzte diese Gelegenheit, um Bewusstsein für Brustkrebsvorsorge und Behandlung zu schaffen. Neben ihrer gesundheitlichen Herausforderungen durchkreuzen auch persönliche Rückschläge Shannons Weg. Sie durchlebte gescheiterte Beziehungen und musste sich mit den emotionalen und psychischen Auswirkungen ihrer Krankheit auseinandersetzen. Trotzdem zeigte Shannon eine erstaunliche Stärke und Entschlossenheit, die bewundert werden müssen. Sie nutzen die Behandlung und Entschlossenheit.